Es ist traurig, wenn man die Mädels da weinen sieht, ne? Das ist sehr traurig. Ich bin auch in einer Gefühlslage, die ich nicht so offen zeige kann. Es ist sehr enttäuschend. Wir sind in Führung gegangen, die haben den Ausgleich geschafft. Wir hatten noch den Pfostentreffer gehabt. Hätten wir das bessere Ende für uns gehabt. Auch das 1-1 hätte uns eventuell gereicht, wenn man die Dinge in der Vergangenheit betrachtet. Aber das ist halt mal so, wenn man sich in den Sport stellt, muss man mit Niederlagen leben. Ich hoffe, dass die Mannschaft das als Ball verkraftet und dass wir dann auch nächstes Jahr tatsächlich noch mal richtig angreifen und diesen sogenannten Betriebsausfall als Ball, das heißt, nächstes Jahr wieder ausspiegeln können. Habt ihr in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu wenig getan? Da seid ihr nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Ach, es ist so, man muss natürlich auch, das ist ein Nervenspiel. Man muss gewinnen, man darf nicht zu viel tun, man darf nicht zu wenig tun. Und das ist immer so ein Verbrauchsspiel. Aber im Großen und Ganzen hat ja die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, die ja die wichtigere war, eigentlich gezeigt, dass sie es kann, dass sie gewinnen kann. Aber im Endeffekt war mal wieder heute das Quäntchen Pech oder das Quäntchen Glück hat uns gefehlt. Ich sage mal, wenn man ein bisschen glücklich ist. Die Jenny hatte kurz vor Schluss auch noch die Möglichkeit da aus Distanz. Aber wie gesagt, es hat nicht sollen sein und herzlichen Glückwunsch dem HSV. Abstieg für Ihre Mannschaft, was bedeutet das für die Zukunft? Bleibt die Truppe zusammen? Bleiben Sie als Trainer? Also ich gehe davon aus, dass alles zusammenbleibt, auch der Trainer. Und dass wir, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass wir diesen Betriebsausfall, wo ja alle daran beteiligt waren, das muss man ja auch so sehen, nicht nur der Trainer oder die Mannschaft, auch gewisse andere Dinge, aber das will ich jetzt auch nicht nochmal hochstilisieren, sondern Fakt ist, wir sind abgestiegen heute im letzten Spiel mit einem unglücklichen Unentschieden und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr den Aufstieg wieder ins Visier nehmen und den Aufstieg auch schaffen.